Musik In diesem Video zeige ich euch Impressionen von einem Spaziergang in der beschaulichen und historischen Korschenbräucher Altstadt. Korschenbräuch liegt zwischen den Städten Mönchengladbach, Neuss und Düsseldorf im Rheinkreis Neuss. Die Stadt Korschenbräuch ist aus den früher selbstständigen Gemeinden Korschenbräuch, Pesch, Glehn, Kleinenbräuch und Liedberg entstanden. In Liedberg habe ich ebenfalls ein Video gedreht. Liedberg und das Liedberger Schloss sind empfehlenswerte Reisehighlights. Fast der komplette Altstadtbereich konzentriert sich rund um die Kirche St. Andreas. Musik In der Altstadt gibt es historische Gebäude. Wieder Sitzgelegenheiten, eine Eisdiele und Gastronomie. Musik 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 Das Handeln Center ist ein Geschäfts- und Wohnkomplex im Ortskern und befindet sich in der Nähe der Altstadt. Ebenfalls in der Nähe ist das Rathaus und das Korschen-Räucher-Gymnasium. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020